Moin Olli, alles gut? Moin Lukas, ja, Depp. Alles bestens, ja. Und wie läuft's? Ja, hier gerade wird der Bus beladen auf der anderen Seite, da drüben ist der Check-In, gleich ist noch Reise-Sägen und dann geht es ab nach der letzten Woche. Alles klar. Musik 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 Zumindest jetzt alleine fahren. Du hast doch schon mal was, ne? Ja. Ja, nicht schlecht. Und Jenny, wie läuft's? Super. Wie weit sind wir gekommen bis jetzt? Ja, also die Hälfte haben wir auf jeden Fall schon. Das ist doch gut. Wenn die sich aufrichten wollen, in Ordnung. Ja gut, immer schön langsam. Dies ist doch glücklich. Oko, bei euch. Auch permits. Ausnahm sich. Und ich habe jetzt 30 heute hier über einen Aufwand Unterstützung. Ja, arrivé douche φendest. Ja? Ausnahm sich. Ausnahm sich. Aufnahm sich. guitar solo Hey, Donut! Hallo! Kann YouTube sein? Das war's für heute. So, und Stand der Dinge? Ja, läuft, würde ich sagen. Wir haben die Fahrt gut überstanden, sind jetzt hier. Es sieht aus, als dass es nicht irgendwie nur Brot mit Wurst und Käse gibt, sondern noch mal was warmes. Ich habe nämlich einen Mords-Kohldampf. Außer ein paar Keksen, auf der Fall ist nichts in meinem Magen gelandet. Von daher, Zimmer sind bezogen, Koffer sind weitestgehend ausgepackt. Jetzt kann es losgehen, ne? Finde ich auch, ja. Gut.